Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse. Und du weißt, wir haben explosive Konstellationen am Sternenfirmament. Wir haben Sonne, Mars im Skorpion stehen, also in der Konjunktion im Skorpion stehen. Und das ist natürlich geballte plutonische Energie. Da kann es um Gewalt gehen, da kann es aber auch um ganz viel positive Kraft gehen, ganz viel Pioniergeist gehen, um deine Vorstellungen in die Realität umzusetzen. Und zu diesem Brennstoff kommt jetzt noch die Opposition zu Uranus. Und Uranus im Stier bringt mich auch gleich zum Thema des Videos zu Black Friday. Der hat ja heute begonnen, die Black Friday Woche auf Amazon und was weiß ich noch wo, auf gut Deutsch übersetzt, liebe Kinder dieser Welt, gebt uns euer Taschengeld beziehungsweise euer Weihnachtsgeld. Diese Aktionen laufen jetzt an. Und ich möchte da natürlich auch gleich dabei sein und auf meine Horoskopaktion hinweisen. Also eine Jahresanalyse, 2,24, deine persönliche um nur 25 Euro oder auch deine astrologischen Lebensthemen um nur 25 Euro kannst du jetzt bestellen. So, damit haben wir dem Kommerz gehuldigt und jetzt schauen wir uns das einmal auf einer energetischen Sicht, auf einer astrologischen Sicht, was das bedeutet. Ich prophezeie ja dem heurigen Black Friday oder dieser Black Friday Week enorme Umsätze. Und das ist einfach diese Opposition Sonne Mars, also ganz viel Energie plus eben Uranus im Stier. Und das ist so dieses, da ist was überraschend. Uranus ist überraschend, Stier ist Materie, überraschende Materie, überraschende Angebote. Und die muss ich haben und da setze ich viel Energie rein. Also das ist eigentlich für so einen Shopping-Wahn eine sehr, sehr gute Zeit. Die Frage ist nur immer, was bringt es dir dann am Ende des Tages wirklich, was du da ergattert hast, was du da nach Hause zerrst und bringst. Also da kann man schon sagen, ich denke, da wird Black Friday diesmal sehr, sehr fruchtbar sein und extrem viele Schnäppchenjäger werden dazu schlagen. Was das bedeutet für dich, ist eben noch einmal diese Unruhe, diese Gewalt, diese Streitenergie, die auch da ist. Also auch dieses Kämpfen um Angebote, um es nochmal auf Black Friday zu übersetzen. Also das ist schon eine enorme, enorme Spannkraft, eine ganz, ganz enorme Energie. Und darum bleib bitte bewusst. Bewusst heißt einfach, streite nicht wegen Prinzipien herum. Wer hat Recht, wer hat Unrecht. Streite nicht, schau, dass du eher ruhiger bleibst, dass du diese Nervosität, die Unruhe, die du vielleicht jetzt auch spürst, anders umwandeln kannst. Ich habe viele Tipps und Meditationen hier schon auf den Kanal reingestellt. Aber das ist eben wirklich so eine Energie, wo es einfach astrologisch knallt, wo wir einfach einen Wahnsinns-Sprengstoff haben. Und dieses Materie-Thema wird ja durch den Jupiter im Stier auch noch einmal vergrößert. Das ist so dieses Ausweiten. Da möchte man mehr, einfach einen Plus haben. Und deshalb eben, wie gesagt, auch Acht geben, gerade bei besonders verlockenden Angeboten. Weil die Frage ist immer, brauche ich das hundertprozentig? Hilft mir das irgendwo weiter? Macht das irgendwie einen Sinn? Ist das wirklich ein Schnäppchen oder ist das nur so eine Täuschung, so ein schnelles Angebot, so eine schnelle Überraschung, wo man sagt, ja, da muss ich jetzt draufdrücken, weil mir das der Algorithmus so rauswirft. Aber die Frage ist dann wirklich, brauche ich das? Bringt es mir das? Und da bitte einfach Acht geben. Auch eben mit Uranus im Stier, dem Wandel der Werte. Also da ging es ja auch darum zu sagen, okay, was ist wirklich wichtig? Wo ist wirklich dein Eigenwert? Wo kommt denn der her? Wie kannst du denn diese Power-Energie jetzt auch nutzen? Was wir ja noch drauf haben, ist immer noch das Halbquadrat zwischen Venus und Mars. Und Venus und Mars ist natürlich eine gewisse partnerschaftliche Spannung, sexuelle Spannung, die in der Luft liegt. Also der Mars, der im Skorpion sehr intensiv ist, sehr leidenschaftlich ist, also der sich sehr nach Extremen sehnt, nach extremer Erotik, nach extremer Nähe, also immer das Extreme, der sich danach sehnt, trifft auf die vage Venus, die halt wirklich auch diese Zweisamkeit gerade sehr genießt. Also das ist natürlich eine gute Zeit, um auch in der Partnerschaft die Sexualität aufleben zu lassen, oder auch mal sich auf einen Flirt einzulassen und da mal intensive, leidenschaftliche, romantische Stunden zu vollbringen. Also da haben wir auf jeden Fall auch noch diese Energie. Das wäre doch auch schon mal was. Statt einer Shopping, statt einem Shopping-Wahn einfach mal auf einen Kaffee mit jemandem gehen oder auf ein Date gehen oder die Beziehung wieder aufleben lassen. Denn da ist natürlich viel Energie gerade drinnen. Wir haben noch dazu jetzt drauf im Trigon, auf diesem Mars-Sonne, also diese geballte Energie, wirkt der Neptun mit ein. Und Neptun ist ja jemand, der zum Mars aufruft, der ein bisschen die milderen Töne anschlägt, der ein bisschen so der Heiler ist, also am Sternenhimmel, der ausgleichen will, der zum Träumen aufruft. Und da wäre das mit Neptun im Fische eigentlich auch so eine Energie, erreiche jetzt deine Träume, setze deine Träume um, setze deine Ziele um, arbeite aktiv an dem, was dir wichtig ist, an der Umsetzung deiner Ziele, deiner Träume. Und ich denke, da ist jetzt eine konkrete, gute Energie da. Das heißt, egal was du dir vornimmst, ob es beruflich ist, ob es partnerschaftlich ist, ob es vielleicht körperliche, sportliche Ziele sind, ist eine super Zeit, das jetzt auch umzusetzen und daran zu arbeiten. Also das bitte auch nicht übersehen. Das heißt, auch das wäre sicher eine vernünftigere Variante, als jetzt im Shopping-Wahn zu verfallen, wenn man das so möchte. Und ja, also da haben wir die Romantik, dann haben wir auch die eigenen Ziele, die eigenen Träume und die sollten da jetzt auch in dieser Energie verfolgt werden. Also da haben wir auf jeden Fall ganz, ganz gute Karten dazu. Man muss eben noch einmal sagen, mit Uranus auf Sonne, das ist einfach so ein Auf und Ab. Will ich das? Will ich das nicht? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Das ist so der Wankelmut und auch der Stress, die Belastung ein bisschen auf der nervlichen Ebene und natürlich eben noch einmal ganz stark auch der Wandel in deiner körperlichen Ebene, der da noch mal vorangetrieben wird. Also Acht geben bitte auch in diesen Zeiten, gerade aufs Nervensystem. Hüte dich vor Überlastung, nicht zu viel Social Media konsumieren, nicht zu viel Angebote schauen. Also da haben wir eigentlich schon die, ich sage es jetzt mal, Warnung mit drinnen. Also das wäre auf jeden Fall wichtig und gut. Tja, das sind eigentlich schon so mal meine Hinweise zum Black Friday. Ich kann dir auch noch sagen, also wir haben ein Halbquadrat Saturn-Mond, der Mond im Steinbock und der Saturn, der da im Fischezeichen steht. Und da ist es ja auch so, bei so einem Halbquadrat ist immer so eine Frustrationsenergie. Und der Mond im Steinbock ist ja nicht unbedingt, wo er sich so wohl fühlt, weil das ist ja so die Opposition eigentlich vom individuellen Fühlen. Der Mond, der Krebs ist ja der Steinbock. Und das ist eben so die nach außen stehende Bestimmung. Also was stellst du dar? Wie wirst du wahrgenommen? Wie musst du dich einschränken? Und da ist der Mond natürlich in seinem Exil und steht da auch sehr schwach. Und das heißt auch noch einmal, lass dich nicht zu Emotionskäufen hinreißen. Also nur weil du denkst, das wäre jetzt so toll, lass dich nicht zu Emotionskäufen hinreißen. Ein Emotionskauf ist genauso, ja, da glaube ich, das würde meinem Kind gut gefallen oder das würde irgendjemandem XY gut gefallen und das schenke ich dann wieder her. Lass dich nicht zu Emotionskäufen hinreißen, um nochmal auf den Black Friday einzugehen. Das heißt Nüchternheit, Klarheit, nicht zu schwelgerisch in den Gefühlen und da auch zusammenräumen. Klar, wiedererkennen, was ist ein Wunsch, was ist ein Bedürfnis. Es ist eine gute Zeit, es ist eine wichtige Zeit, das auch zu klären. Und da erinnert uns eben dieser Saturn auf dem Mond im Halbquadrat daran. Ja, jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, was mache ich denn in so einer Zeit? Also ich schaue, dass ich persönliche Erfahrungen mache und nicht zu sehr einfach mich darauf versteife, oh, da versäume ich jetzt irgendwelche Schnäppchen. Ich habe ganz bewusst, also ich persönlich gehe ganz bewusst um, habe zwei, drei Produkte, wo ich sage, die schaue ich mir an, gibt es eine Möglichkeit, die jetzt vielleicht günstiger zu erlangen, sonst würde ich sie sowieso kaufen, weil ich sie brauche. Das ist einmal mein Zugang zu diesen Black Friday Geschichten. Und das Zweite ist einfach, ich suche mir selbst Erlebnisse aus. Ich gehe zum Beispiel wirklich so ins kalte Wasser schwimmen und habe da dann einfach Erfahrungen. Ich zeige dir da jetzt diesen Videoclip, während ich spreche. Und du siehst es dann auch, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, an meinen Augen, an meiner Energie. Das belebt mich, das macht mich lebendig, das holt mich richtig in die Gegenwart. Und solche Erlebnisse, solche Erfahrungen suche ich dann. Ja, das wäre es einmal für heute, für die astrologische Black Friday Prognose. Ich wünsche dir, wenn du shoppen gehst, frohes Shoppen. Ich wünsche dir bewusstes Shoppen und ich wünsche dir vor allem wundervolle, erfüllende Erlebnisse, wie auch immer du sie jetzt findest. Aber bitte nicht streiten, ruhig bleiben, tief durchatmen, bei dir bleiben und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereny. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020